Wir alle haben eine Lieblingsjacke, eine Jacke fürs Leben, die zum guten Freund geworden ist und seit vielen Jahren gute Dienste leistet. Mit den Jahren sehen wir aber doch einige Veränderungen. Vielleicht franzt der Saum aus oder die Jacke zeigt allgemein starke Abnutzungsspuren. Dies ist völlig in Ordnung, wenn Sie die Jacke nur in Ihrer Freizeit tragen. Wenn es sich jedoch um eine Jacke für Einsätze handelt, müssen Sie sicher sein können, dass Sie sie ohne Beeinträchtigung schützt. Vor allem, wenn das erste Leben, das Sie damit retten können, ihr eigenes ist. Schutzkleidung aus Nomex schützt Feuerwehrleute bereits seit vielen Jahrzehnten. Kontinuierliche, umfassende Tests beweisen, dass diese Faser ihre Hitze- und Flammbeständigkeit über sehr lange Zeit behält. Sie übertrifft dabei Branchenstandards sowie regionale und nationale Normen für den Hitze- und Flammschutz. Schutzkleidung aus Nomex bewährt sich im langjährigen Einsatz unter extrem strapaziösen Bedingungen, über viele Waschzyklen hinweg und bei ständiger Einwirkung von UV-Licht. Partner von Nomex arbeiten eng mit Dupont zusammen, um die Schutzleistung der Kleidungsstücke für einen langen Nutzungszeitraum optimal sicherzustellen. Persönliche Schutzausrüstungen bieten Außenhüllen, die bewusst aus der Meta-Aramid-Faser Nomex und für mehr Festigkeit mit einem geringeren Anteil der Para-Aramid-Faser Kevlar konstruiert sind. Für maximalen Hitzeschutz, Luftdurchlässigkeit und optimale physische Leistung der Schutzkleidung liegt die beste Mischung nach Schätzungen von Dupont bei etwa 23% Para-Aramid in der Fasermischung. Ein Anteil von 40% sollte dabei nicht überschritten werden. Im Normtest der Zugfestigkeit des Außengewebes nach 25 Wäschen bewahrte Nomex 84% der Zugfestigkeit. Eine Faser mit 60% Para-Aramid erzielte hier nur einen Wert von 52% des ursprünglichen Wertes. Gewebe aus Nomex zeigen eine deutlich höhere Abriebsfestigkeit als viele andere Produkte. Dies erhöht direkt ihre Lebensdauer und ihre Strapazierfähigkeit, sehr wichtige Eigenschaften für Feuerwehrleute in ganz Europa. Wir alle haben eine Lieblingsjacke, eine Jacke fürs Leben. Aber nicht für alle von uns hängt immer wieder unser Leben von einer Jacke ab. Gewebe mit Nomex-Fasern bieten eine ideale Kombination von Hitzeschutz, Atmungsaktivität und Komfort. Nomex bietet durch sofort reagierendes Gewebe zusätzliche Sekundensicherheit. Nomex bietet leistungsstarke Strapazierfähigkeit und optimale Abriebbeständigkeit. Nomex verbindet eine lange Lebensdauer mit kosteneffektiver Effizienz. Nomex basiert auf der jahrzehntelangen Innovations- und Forschungserfahrung von Dupont. Die Effizienz Profis Nomex W집 Wims W Genesis